Eine Stunde heiße Diskussion. Wir sind vorbei. Kurzes Resümee. Ja, alle Parteien sind sich einig, dass das Bundespflegegeld angehoben werden soll. Das bedarf aber einer Finanzierung von dreistelligen Millionenbeträgen. Und was die anderen schuldig bleiben, ist ein Vorschlag, wie das finanziert werden soll. Wir machen dazu einen Vorschlag, eine vermögenssteuerfinanzierte Finanzierung. Und solange das nicht geregelt wird, wie die Finanzierung langfristig ermöglicht wird, bleibt alles, was im Pflegebereich gemacht wird, wie jetzt zum Beispiel mit der 24-Stunden-Betreuung, Stückwerk.